Herzliches Grüezi aus der Schweiz. Wieder zurück bei ARK. Direkt habe ich hier. Mal auf die Liste schauen. Was brauchen wir denn? Gute Frage. Nächste Frage. Gute Frage. Woh. Oh, oh. 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 Ja. Kommt nicht nach Prompten. Nehmt euch. hier geland dann links jetzt geschrieben Kleiner Moment. So, weiter geht's. Da war der Himmelblau, achso, war bestimmt Gewitter, naja. Wieso habe ich kein Fleisch mehr? Das war bestimmt ein Pigomastax und ich habe es nicht gecheckt. Solche Drecksviecher. Unglaublich. So, hier mal rüber. Wir suchen Prontos und wie heißen die anderen? Die Plus. Keine Du Plus, sondern Die Plus. Vielleicht auch ein Spino. Mal schauen, was wir finden. Da ist auch schon das erste Opfer. Das ist der nächste. Ja, Prontos gibt es hier wie Sand am Meer. Ich denke, das mühsamste werden noch die Tuso Tentakel, die wir noch brauchen und die... Ah, Hi Phil. Ja klar, lasst die Zeit. Äh, was fehlt denn noch? Thüler Kalm. Basilospeck sollte eigentlich auch kein Problem sein. Zum Glück wird es jetzt Tag. Was? Ah, brauche noch... Ich habe gelesen, du brauchst noch 5 Minuten. Ja, 4 habe ich. Da ist auch schon der fünfte. So. Äh, Spino Segel? Das Spiel will mich jetzt wohl verarschen. Gestern war alles voll mit Spinos. Und jetzt suche ich die und jetzt ist keiner mehr da. So klar. Das ist aber typisch Wildcard. Wildcard fährt da so eine Mobbinglinie. Äh, immer genau das, was man sucht, findet man nicht. Das ist indirektes Cybermobil. Geht gar nicht. Ja, und 9 von 10 finden Mobbing gar nicht so schlecht. Genau. Hahaha. Hast du wohl recht. Aber ich brauche immer noch eine Antwort von dir wegen Spinosiegel. Moin Tobi. Ja lol. Okay. Die nächsten Bosskämpfer verzögern sich um ca. 2 Wochen, bis wir alle Spinos gefunden haben. Ach ja. Äh, durchstarten nicht unbedingt. Und einfach ein bisschen aus Spaß. Ich quatsche sowieso schon die ganze Zeit. Und so kann man das auch im Stream machen. So, Ausdauer tanken. Oh, das finde ich nett. Danke Tobe. Dich habe ich jetzt aber auch schon länger nicht mehr in Art gesehen. Kommst du mal wieder, oder? Ich weiß, ich habe dir das gerade geschrieben, aber... Besprechsthema und so. Und respektiv. Ich stelle die Frage anders. Wann beginnst du mit Gen 2? Ich denke, du bist jetzt nur immer noch in den Vorbereitungen. Das gibt es doch nicht. Okay. Dann sehen wir uns ja vielleicht da. Oh. Phil ist da. Jetzt kommt er dann in die Party. Dann ist 5 Minuten Ruhe und dann spricht er. Ja. Was für ein Platz denn Tobe. Was ist ein Bauspot? Oder... Ah, du meinst eine Insel. Ja, ist halt schon ein schöner Spot. Das ist halt schon ein bisschen. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 die klippe das war meine allererste base auf dem cluster das ist eine riesen schildkröte gebaut wasser don't drink and drive Ah, mein Everser war nicht das B-Nosen. Allebeiabend. Allebei. Alle, die Bucht hat auch mal einen Spino. Alle, die Bucht hat auch mal einen Spino. Ja, das gibt es. Oben in den Seen. Ich will mal rüber. Vielleicht kann ich auf dem Weg noch ein bisschen Basilospeck holen. Ausdauer. So, wirftanhaltend. Und ja, ich musste die Frage stellen, um sie beantworten zu können. Also das ist irgendwie... War das einfach so. Genau aus diesem Grund skillt man beim Züchten Rechse auf Sauerstoff. So, wo ist das? Schiss, ne Idee. So, wo ist das? So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, klar. Nichts. Vielen Dank. Ja, komm her. Ja, du darfst. Keine Lust mehr. Ja, komm. Ja, komm. Nein, Pech. Uh, Alter. Ja, komm her. Ja, du darfst. Ja. Wenn mich nicht alles täuschen, kommen wir ins Gigasworn-Gebiet. Ja. 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 Da ist er. Ja. 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 auch in 24 will ist hier auf der map bauten nach acht ich habe das heute noch nicht mal gegessen das kind geht aus nächster giga 189 level natürlich mache ich ja und er macht schon ein bisschen mehr schaden 878 f1 ist installiert aber dies zu info ja uli hat schon wollen wir noch mal erwähnt haben für 17 20 uli hat schon gedacht ja uli hat schon gefragt ob wir mit ihr und marco trainieren wollen wandern jetzt das ist halt die frage ob wir hier noch so bis 21 uhr machen oder so ja aber dann gehen die andere bald schon wieder das müsste man abklären hat da schon nächste gier gleiches level wie der erste aber deutlich mehr nahkampf kaste macht fast 120 mehr schaden an mir 30 sogar noch eine zweite nähe hat er meldbuß und bei meinem glück übrigens mir fehlt noch ein follow und dann habe ich dich eingeholt ich habe schon gesehen wer ist wer ist der eine da aus sabrinas drive und sabrina und so wo geht es denn dadurch mhm äh deine werbung war wohl zu groß oder größer als meine ja ich meine tschuldigung vielleicht bin ich auch einfach beliebt aber wenigstens habe ich für dich noch gemacht ja immerhin ja immerhin danke danke ja gerne sehr zuvorkommend danke danke ähm also was ich hüpfe mal ganz kurz rüber zu marco die sind ja schon im f1 menü im hauptmenü ja bin ich da jetzt nicht schon mal bin ich doch gleich und gerade hoch ist da rüber dann hüpf doch mal kurz nach hause lock dich aus und dann komm du so dann trainieren wir halt mal ja Phil soll sich hier f1 menü laden ja hat er ja ja also dann kann man ja ja er soll doch mal Phil komm in die Party ach so schaut er wieder zu oder was ja er schaut zu und er ist hier schon auf der Map er hat gefühlt 18 Stunden jetzt willst du mich verarschen essen ah tschuldigung wie konnte ich das nur vergessen ja Phil hast du gerade mal viertel nach acht dem wirklich ja 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 ähm Phil wie sieht es aus mit dem f1 es hat eh keine spinos gell mal hab ne Armbus für dich ne meisterhafte Meisterhafter. Ja. Ein paar geilen. Ja, aus dem Alpha raus. So. Muss ich erst wieder downloaden. Ja, dann mach das kurz, wenn du am Essen bist. Dum, dum, dum. Ach so, er hat das schon oder was? Ja, er hat es schon, Marius und er haben das beide schon gekauft. Ach so. Ja, ja. 50 Aktstunden Lizenzvereinbarung liefen. Ja, ja, bestätigt. Was ist mein Interjetzu? F1. Ein bisschen den Noobs meinen Hack-Spoiler zeigen. Ah, jetzt kommen wir. Hahaha. Macht er oder macht er nicht? Läuft. Hä? Will. Ich hab keine Ahnung. Er macht er oder? Gut. Antwort, ich will. Hahaha. Läuft. Er hat ein Mittel und Wege, ich den Sprechen zu bringen. Na, geschrieben. Läuft. Ja, also. Aber es ist so geil. Immer wenn... Neo wartet. Ador, der will. Sieben Minuten. Das ist doch gut. Ja, also. Ideal. Erstmal aufwärtig. Fast. Hahaha. Ich geh die Maschine rüber. Mhm. Ich wollte hier anfangen, irgendwas zu machen. Jo. Bis gleich. Bis gleich. So. So. Ich kann mich eigentlich auch gleich da oben hin liegen. Oh. Hier in die Ecke. Jo. Ähm. Dann. Denk ich so in 5 bis 10 Minuten geht's weiter mit F1 2020. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Würde mich freuen. Und sonst lasst ein Däumchen da und schaut das nächste Mal wieder vorbei. Bis dann. Okay. Okay. All right. So. Okay. So.